Römer Römer! Bist du ein Gott? Nur Götter können einen Mann zum Tore vordern. Marmini, Barbaras Tirpen hat uns Sess. Dann bin ich Experto Apost. Werumautem Roma. Eix! Lassen wir uns von den Römern unterwerfen! Oder wehren wir uns? Lasst uns gemeinsam aufstehen! Nein, was wir brauchen ist Frieden! Halt auf! Ich werde es niemals zulassen, dass meine Leute versklavt werden. Willst du dich mit Rom antreten? Habt ihr eine Ahnung von der Macht dieses Imperiums? Ein Barbare verrät seine Leute nicht. Kämpfen mit uns. Wir zeigen unseren Leuten, dass Rom nicht unbesiegbar ist. Dafür müssen wir alle Stämme vereinigen. Es ist unmöglich. Mich haben sie in Rom gelehrt, meine Familie zu vergessen, meine Leute zu verachten, meine Art zu leben. Ich war einer von ihnen. Weil ich weiß, wie sie leben, werdet ihr wissen, wie man sie tötet. Lasst uns gemeinsam kämpfen! Die Welt wird brennen. Der Wolf wird kommen. Und die Welt wird brennen. Der Wolf wird kommen. Die Welt wird aus dem 18-warz-Geräuschen. Die Welt wird stütt. Und die Welt wird auch noch zur Familie. Schöhn. Schöhn. Und die Welt wird come. Und die Welt wird dazu verstanden. Ich bin twelve. Ich bin ein, was. Aber ich bin ein. Was.